Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch, wie wir bei Computer Universe arbeiten. Hier sind wir im Bereich Customer Care und Vertrieb. Die Kollegen und Kolleginnen haben ständigen Kontakt mit unseren Kunden, egal ob es um Beratung geht, um Reklamationen oder eine gemeinsame Lösungsfindung. Hier sind wir in unserem Logistikbereich. Von ihr aus versendet die Kolleginnen und Kollegen 2000 bis sogar in der Hochphase bis zu 6000 Pakete pro Tag und verbringen wahrhaftige Logistikleistung. Wir sind jetzt im Eritorenbereich. Ein ganz kleiner Teil der Sendung, die wir rausschicken, kommt auch wieder zurück. Die Ware muss ausgepackt, geprüft und wieder verpackt werden und das passiert hier bei den Kolleginnen und Kollegen. Musik 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 Musik